Heute drauf, Henry, gehen Kinder auf Abenteuerreise und entdecken jeden Tag etwas Neues. Gemeinsam lernen sie viel Interessantes über Geschichte, Wissenschaft und die Natur. Pawbit Show, gleich bei Nick Jr. Was kommt dabei heraus, wenn man ein bisschen Magie, mit einer Prise Glitzer und viel Spaß kombiniert? Brandneue Abenteuer mit Schimmer und Schein Montag bis Freitag, 7.30 Uhr bei Nick Jr. Lass dich überraschen, wenn du mit Dora auf Entdeckungsreise gehst. Dora bei Nick Jr. Wenn Kinder auf Mission mit der Pawbit Show sind, entwickeln sie wertvolle soziale Fähigkeiten wie Teamfähigkeit, lernen Probleme zu lösen und wie man ein nützlicher Teil der Gemeinschaft wird. Wenn eure Kinder mit Rusty Rivets und seinen Freunden Sachen erfinden, erfahren sie mehr über Maschinenbau, Design und Technologie und werden dabei zu kreativen Problemlösern. Lasst uns basteln und designen! Macht euch bereit für eure kleinen, neugierigen Freunde. Gleich kommt Babo Gappies! Hier sind Rusty Rivets und Ruby. Sie basteln ständig an neuen Abenteuern. Seid bereit für unglaubliche Erfindungen, Hightech-Geräte und tolle Abenteuer. Rusty Rivets, täglich 17 Uhr bei Nick Jr. Nick Jr. Mit den Babo Gappies tauchen Kinder ein in die Welt von Lesen und Schreiben, Mathematik, Naturwissenschaft und Kunst. So erlernen sie Spielenfähigkeiten, die sie auf die Schule vorbereiten. Seid ihr bereit? The Fresh Beat Band of Spice sorgt für ordentlich Wirbel. Gleich bei Nick Jr. Kopf hoch Max! Die neuen Folgen von Max & Ruby sind da. Mit vielen neuen und lustigen Geschichten im Gepäck. Es wird getanzt, gelacht und sich verkleidet. Es werden neue Sachen geübt, aber es bleibt auch Zeit für Streiche. Freu dich auf die neuen Folgen von Max & Ruby. Nächste Woche von Montag bis Freitag um 14.45 Uhr bei Nick Jr. Was hat Max vor? Finden wir es heraus! Max & Ruby bei Nick Jr. Kinder sehen Fresh Beat Band Lizenz zum Rocken und erlernen das erfolgreiche Lösen von Problemen. Es werden verschiedene Wege gezeigt, um an des Rätsels Lösungen zu gelangen. Wenn Kinder neue Abenteuer mit Zack und Quack erleben, entfalten sie Kreativität und Fantasie und erleben spannende Abenteuer, die ihre Vorstellungskraft beflügeln. Wahoo! Umisumi! Willkommen im Team! Wuhu! Es ist Zeit für Umisumi! Gleich! Sie sind klein! Aber schlau! Umisumi! Bei Nick Jr. Mit jeder großen Matheaufgabe, die das Team Umisumi löst, lernen Kinder spielerisch frühe mathematische Fähigkeiten, wie Zählen, Sortieren, Messen und räumliches Denken. Gleich kommt... Louis! Mit Louis und seinem Freund, dem Marienkäfer Yoko, üben Kinder ihr zeichnerisches Geschick und lernen, ihre Kreativität einzusetzen. Eine Sendung voll mit niedlichen Zeichnungen. Mit Olive dem Strauß können Kinder ihrer Fantasie freien Lauf lassen, lernen Probleme zu lösen und erfahren viel über Freundschaft und Selbstvertrauen. Mit Max und Ruby können die Kinder zusammen herumhüpfen und lernen dabei, ihre eigenen Gefühle und die anderer wahrzunehmen und mit ihnen umzugehen. Lass deiner Fantasie freien Lauf mit Wanda und das Alien. Jetzt gleich bei Nick Jr. Nick Jr. Wanda und das Alien motiviert Kinder dazu, zu spielen, zu erforschen, zu reisen und die Welt zu entdecken. Wahre Freundschaft vermittelt ihnen ein Verständnis für verschiedene Standpunkte und Kulturen und hilft ihnen, diese offen anzunehmen. Wenn Kinder die magische Welt von Ben und Hollys kleinem Königreich betreten, wird ihre kreative und soziale Kompetenz gefördert. Fähigkeiten, die nicht nur in der Märchenwelt nützlich sind. Fähigkeiten, die nicht nur in der Märchenwelt nützlich sind.